Ich bin echt begeistert, das ist unglaublich super, ne? Ja, unglaublich super. Also vor allem, wenn man so in der E-Effekt mal was vorunterschaut, sieht man, okay, das ist so, klar, du kannst noch mal hier das Heime ist und dann schraubt man es nach. Ja, aber selbst dann ist die Grafik noch prima. Wenn ich jetzt hochfahre, ist das dafür hier durch. Äh... Ach, echt. Und hier machen. Okay. Okay. Das Denkel ist krank. Die wird aufklappen auf dem Rando. Und, ähm... Da ist einfach, dass Ella etwas fragwürzt. Du kannst noch einmal in der Stelle weitergucken, das Ganze jetzt wirklich konkret. Und heute noch. Und wie gesagt, ruhig zu verbrechen werden, dass die Neu-Effekt schon mal weghalten wird. Okay, du kannst es dir anschauen, oder? Ja, natürlich. Du weißt mal, er muss gehen, was die Stehen sind. Ja. Und da ist, wie gesagt, ja, alle... Es ist ein bisschen aufgespringen... Äh, ich hab's gemerkt, nur dass... Dieser Regime hier hat schon seit... ... das total ist, dass wir das sind. Aber die Klamotten... Okay. Yes, sir.